Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play WoW. Wir sind hier in Netter Sturm mit Folge 216. Wir müssen hier noch die Kisten weiter öffnen. Mal gerade gucken. Ich glaube nur die Kisten sind hier. Aber die Typen stehen ja eh im Weg. Und ich habe es immer noch nicht geschafft ein bisschen, äh, ein paar Tränke zu machen. Wie das so ist. Ach, ich habe ja auch... Ah ja, das ist ein Gewehr. Die schniegau ist, wa? Finde ich allerdings auch. Naja gut, ähm... Jetzt müssen wir hier ein bisschen durchboxen. Ich denke, das kriegen wir hin. Zack. Funktioniert doch super mit dem Makro. Ähm. Das war nicht der Plan. Zack. Äh. So, mal hier die Dinger öffnen. Dauert ein Momentchen. Zack. Auch gleich soweit sein. Zack. Oh, hier kämpfen sie. Da haben wir sechs. Dann sieben. Und dann... Ach, ich liebe es manchmal, diese Akro. Und dann, dann laufen sie weg. Das heißt, was mir mal auf den Keks geht, ist dieses Rumballern von dem blöden Gewehr. Aber naja. Man hat ja sonst nichts da, wa? So, das haben wir auch. Wart mal gucken. Jetzt haben wir sieben. Da ist acht. Hm. Naja gut. Ah, beide gar gut. Die ist ja nicht in Sicht, weiter. Töte, töte, töte. So. Oh. Sehr gut. Oh, der ist neun. Zack. Was gucken. Schattenlöberend müssen wir immer noch. Eine Kiste. Ähm. Da hat mich die Blöde genetzt. Verletzte Kiste. Oh, hier respond jetzt. Was sieht eigentlich danach aus? So. Kommen wir nicht. Sehr gut. Jetzt haben wir Agro. Ungut. So. Da ist noch eine. Dann nehmen wir die. Die ist besser. Brauchen wir uns nicht durch alle durchboxen. Und da ist ein Respawn. Dann nehmen wir den Respawn. Oh, da ist noch ein Respawn. Schön. Schöne Sache. Dann haben wir das nämlich alles fertig. Aspekte Lieber. Genau. Schmeißen wir uns auf unser Pony. Dann reiten wir mal nach da. Richtig. Mistiger Besitzer. Ach, blödes Netz. Schnell weg. So, mal gucken gerade, wie es hier aussieht mit dem Leder. Genau. Ich habe ja noch das Rezept. Ich habe mir ein Rezept gekauft. Für dickes Knoten und Leder. Habe ich mir das denn jetzt geschickt? Oder habe ich es schon gelernt? Ich habe es vergessen. Knoten und Leder. Nö. Anscheinend nicht. Dann liegt das noch irgendwo auf einem Charakter rum. Verdammt. Naja, was soll's. Manchmal ist das, wie es ist. Sitz. Sitz. Weil irgendwas cooles bei. Jawohl, neue Schuhe. Braucht ein Mensch. Wo sind sie? Zack. Warte, aber Trefferwertung drauf. Nö. Ich werde drauf haben. Aber 45 mittlerweile. Das ist gut. Bisschen verkloppen. Die können wir auf jeden Fall, oder? Aber die war schneller, ne? Ich lasse die mal drin. Ja, den Bogen lasse ich auch mal drin. Zwiegespaltet. Die können wir aber verkloppen. Die können wir verschicken. Verschicken, verschicken. Das können wir verkloppen. Das auch. Das brauchen wir bestimmt noch. Da ist weg. Was haben wir denn für Taschen eigentlich? Na gut, uns fehlt ja quasi eine Tasche dadurch, dass wir einen Munitionsbeutel haben. Geht's jetzt erst mal auf zum Sturmsäule, zur Sturmsäule, so. Wie sieht's rufmäßig aus, aber lang? Und dann lass es. Nö, das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Schammelt, hier. Corona-Wohlwollend, naja. Lustig. Zu nahe, zu nahe. Das ist eigentlich nicht so toll des Plans gewesen. Und wer merkt, schmackt die Kamera ein bisschen. Zack. Aber nicht schlecht. Oh, unseren Freund wieder. Nee, nee, nee. Hier ist was los. So, da da. Ich glaub, Kamera hat sich erholt. Gut. Schön. Gleich hin, was ist das? Talbuk. Oh, ja. Die müssen wir auch gleich wahrscheinlich alle umbringen. Erstmal hoch zur Sturmsäule. Hier die Sturmsäule hat auch einen Aufzug, mit dem wir fahren können, müssen. Direkt eine Quest hier. Ich glaub, wir hatten jetzt 23, naja. So. Machen wir das direkt mal. Ich weiß gar nicht, wie viele Quests, aber wir jetzt noch eine da haben. Ich würde zum Abgeben. Aber wir können uns hier den Flugpunkt holen. Hier ist nämlich auch ein Flugpunkt. Mal gucken. Dann haben wir die Schaffen. Mal gucken. Hier gibt's Waffen. Weil du zwei Handachst. Hübsch ist anders. Allerdings würde uns dadurch viel Distanzkopf verloren gehen. Oh, da können wir direkt mal Post verschicken. Oder brauchen wir die? Vergisst du was manchmal? Das ist nicht schön. Wir sind Aldo. Wir brauchen Aldo. Aldo und Schaffer. Okay. Die brauchen wir. Ach so, was auch grau. Ich dachte. Ne, das haben wir. Oder? Ne, haben wir da gelassen. Die Dings. Die Sähe. Die weiß ich nicht. Nee, wir brauchen Aldo. Die komischen Waffen. Die aussehen wie Handschuhe. So. Ach, futsch. Sehr. Sehr. Wiederhauen wir noch. Das Hofgutte. Und alles. Und mal da. Bup, bup, bup. Komm. Ah, das Ding da noch. Ja, ein bisschen aufgeräumter. Wenn wir da mal Quest abgeben. Ach nee, das müssen wir noch hoch. Ich finde das hier manchmal etwas unübersichtlich. Aber an sich ganz okay. So, zack. Uh, was haben wir denn da? Hm, schade. Nichts so tolles. Obwohl, obwohl, das ist eigentlich gar nicht verkehrt. Da ist das weniger Man und das Manareg weniger. Aber gut. Oder verhalten mehr Distanzkraft. Und meckert. Was ich mal machen muss. Von einem auch zum anderen hüpfen hier. Flugpunkt holen. So. Schön. Es gibt noch einen hier. Und zwar. Ich weiß, glaube ich, es ist voll. Oh. Oh. Gucken, was wir da wegmachen können. Nettersturm. Was sind wir ja gerade, ne? Schattenmuntal. Schattenmuntal. Wo sind wir? Schattenmuntal. Puh. Ich habe es vergessen. Hups. Nettersturm sind wir. Dann ist das da unten. Dann ist das von Terrorkar kann man wegmachen. Auch wenn wir da schon ein paar Sachen haben. Da ist Agrias. Wiedene Wassergeister. Da will sich das Herz kann man auch wegmachen. Na, Strux. Ach, verdammte Tat. Auf ein neues. Wie viele haben wir, glaube ich, in der Tasche oder so. So. Alle Quests dabei. Jawohl. Gut. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Wenn es wieder heißt Let's Play WoW. Folge 217 oder 18. Ich weiß es nicht. Na ja, aber wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Es heißt wieder WoW. Und ich muss mal gucken, ob ich nicht was Schönes habe. Ja gut, aber tankt die D. Nach NHC-Arbeit. Hm. Gut, keine Gruppe. Na ja, gut. Bis dahin würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.